Ups, das hätt ja nicht passieren sollen! Was? Was war das? Ich hab ja OBS gesagt, weil die Aufnahme nicht klappt. Jaja, OBS. Ich muss nochmal OBS neu starten. Okay. Ich lass einfach laufen. Oder auch, ich weiß nicht. Also ich hätt's jetzt laufen lassen. Ich weiß auch immer, dass es einen Shortcut gibt. Was ist so? Kurz und dreckig, musst du das nennen. Ganz ehrlich, ich hätt das laufen lassen. Ich hab das reingeschnitten. Ganz ehrlich, es läuft noch. Ja, eben. Das ist gut. Das kommt in meine Qualitätsoffensive. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft-EQ. Hier zusammen mit der Ria. Hallo. Und dem Stinker. Hallo. Und du hättest eigentlich gar nicht anzählen brauchen, weil ich hab ja nicht gestoppt. Und für dich selber brauchst du nicht zählen. Doch, dann kannst du hinter das Zählen auch noch reinschmeißen. Was? Dann schneid ich nicht raus. Äh, was? Machst du nicht? Nö. Mit einer Frechheit. Warum hab ich hier keine Samen gekriegt von dem Bord? Achso, dann muss ich ja... Also blöde hättest du den Amboss nicht abstellen können, oder? Doch. Ich hätt's noch ein bisschen blöder geschafft, aber... Hast du zufällig unseren Teich von Eis befreit? Nein. Dann ist er von alleine komplett abgetaut. Ja. Ja, aber... Dann muss ja Mief mal so langsam nach Hause, glaub ich. Äh... Nee, nee. Mief, mir gebeten nach Hause zu kommen. Mief, bitte. Doch. Doch, ja, stimmt. Ich seh's gerade. Frühling fängt an. Ich komme. Frühling has broken. Like the first Frühling. Das macht Kerngsinn. Irgendwas war in meinem Kaffee, den ich nicht getrunken hab. Wie? Du trinkst keinen Kaffee? Das ist ja... Oh, schon wieder ein Baumwart. Was ist denn hier los heute, ey? Aber bei einer Angst ist er fast One-Hit. Ist fast One-Hit. Hab ich heute zufällig sogar. Ich hab mich heute rasiert. Ich dachte aber nicht, wo. Ich will das auch gar nicht wissen. Oh Mann. Das klingt so psychisch. Nein! Quatsch, das kommt mir nur sofort. Ach. Boah, lecker, sehr krass! Ich hab Schweine gefunden. Ich glaub, das mit den Dingsporten ist ganz gut. Weil dann können wir auch mal weiter weg gehen. Ja, weil sonst ist das hier halt einfach echt... Weißt du, so ne sackschwere Mod, ne? Und dann kannst du dich porten. Das muss doch mal einer probieren, der nicht OP-recht hat. Also ich hab ja... Ich bin ja grad im normalen Gamebot dabei. Ich probier's sofort, weil ich eh nach Hause muss. Wegen Anfragen und so. Dann geht's... Weih, ne? Ich pack noch eben das Essen zusammen. Ähm... Dritter wär auch noch cool. So... So... Wie war das jetzt? Du gehst auf J und dann auf W-Punkte und dann hast du da teleportieren stehen. Ja. Ich hab nicht die benötigte Berechtigung diesen... Alles klar. Okay, dann dürfen wir's nicht. Dann muss ich gleich wieder nach Hause laufen. Alles gut. Ist ja... Ist ja... Ist ja... Ist ja berechtigt. Wär auch irgendwie komisch gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Das wäre echt so schön gewesen. Ja. Schade. Jetzt passiert. Egal. Also ich muss keine Angst haben. Hier packt doch nicht alles ab, weil um den Baum herum ist ja nix. Da ist ja... Ich kann mich dran erinnern, dass ich irgendwann mal Limestone gesehen habe. Ich weiß noch nicht mehr wo. So. Das muss aber ne Weile her gewesen sein. Ja. Und du hast ihn nicht mitgenommen. Das ist schon äh... Das ist... Das war ziemlich... Wir haben ja glaube ich noch nicht gesucht. Das war ziemlich am Anfang. Ist das hier... War hier mal ein Haus? Hier muss ein Haus gewesen sein. Ich bin glaube ich auf dem Dach eines Hauses, wo der große Baum gespawnt ist. Da kann ich nämlich unter mir so... Das müsste das Dach eines Hauses sein, glaube ich. Ne, das Wasser. Hey, was ist das hier? Warum ist das da? Also ich kann zumindest sagen, der Apfelbaum hat Blüten. Was ist das hier? Der Apfelbaum hat Blüten. Ja, das ist sehr gut. Dann wachsen da auch Äpfel dran. Irgendwann. Ich erscheine gleich. Ich habe hier gerade halt noch ne Dings gefunden. Ne Ruine, wo ein bisschen Stuff drin ist, den wir vielleicht gebrauchen können. Mhm. Wir können alles gebrauchen. Vor allem Essen. Ein paar Pfeile, ein Seil. Essen. Ja, Essen habe ich auch dabei. Die finden immer Sachen, die wir gebrauchen können. Dieses Wald ist Maiwald. Eten habe ich dabei. Blaubeerbosch. Ich habe aber keinen Platz mehr. Ist aber auch nur Eingang. Den kann ich mal stehen lassen. Mhm. Ah, scheiße. Okay, ich bring ihn mit. Ich mach Platz. Mhm. Ich mach gar nichts. Ich schmeiß alles weg, was ich nicht brauche. Oder was ich brauche und nicht haben will. Ach Gott, hier waren die Garfs. Bist du die eigentlich hier oben in meiner Nähe irgendwo? Ne. Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich bin, äh, am Arsch der Welt gefühlt. Im Norden? Nee, 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 nee. Ich bin mehr so, ähm, ja. Am Arsch halt einfach. War da nicht irgendwas mit diesen Indianer Seidenpflanzen? Kann man irgendwas machen? Das klingt so schon, als könnte man daraus Leder machen. Das klingt, als könnte man was machen, aber ich habe noch nichts dazu gefunden. Soll ich die trotzdem mal mitten bringen, dann bringen alle, die hier rumstehen? Ich habe sie stehen lassen, weil die halt echt viele hier wachsen. Das wäre irgendwie... Die müssen doch eh wofür gut sein. Vielleicht sind die auch genutzt... Und wieder der Aufruf an euch, wenn ihr wisst, wofür die Indianer Seidenpflanzen sind, dann schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Das wäre sehr nett, weil wir haben keine Ahnung. Danke. Wir haben echt keine Ahnung. Das ist ja das Gute daran. Den gucken sich so, ob die Leute oben an. Wahrscheinlich tun sich sowieso alle das Zeug angucken. Ja, die sind so unfähig. Ja, die lachen halt über uns. Aber das ist das Gute daran. Wir wollen die Leute ja unterhalten. Kann ich dir keine Mäume fällen? Da geht es weit runter, du. Ich bin 1000 Meter... 1000 Meter von zu Hause. Warte mal, ich guck mal nach Hause. Wie viel ist das? Das sind 1900 Meter. Da schwimmt ein Wal wieder. Also ich bin mehr so im Osten. Hinter der Mauer? Ich bin in der kalten Region. Hinter der Mauer. Ich kann keine... Ich kann keine Bäume hier wegmachen. Also hier, wo ich bin, ist auf jeden Fall noch kalt. Also der Wal hat ein ziemlich dämliches Grinsen drauf. Oh, ich habe hier... Ich habe hier Eichenholz Bücherschränke gefunden. Ganz viele. Ich bring die alle mit. Ah, warte mal. Ich erinnere mich gerade langsam, wo ich, glaube ich, Limestone gesehen habe. Limestone, Limestone. Das war in... Das war in... In einem von diesen ganzen tausend Türmen, die wir gefunden haben, wenn man nach unten geht, da in der Wand, glaube ich. Hm, okay. Aber frag mich jetzt nicht, welcher von den ganzen tausend Türmen, die wir schon... Welcher von diesen tausend? Ganz am Anfang waren wir doch in den einen, wo ich angefangen hatte, drin, oder? Kann halt... Also ich schätze jetzt mal, es ist so vier Aufnahme-Sessions fair. Das sind also gefühlte sieben Monate? Ähm... Warum kann ich keine Bäume mehr abhacken? Ah, jetzt. Das dauert ein bisschen. Vielleicht... Ja, aber bei drei Bäumen vorher ist nichts passiert. Der hat doch einen Schriemenent-Backup gemacht. Hör doch mal zu, was der Silber dir sagt. Er spricht doch mit dir. Ne. Hallo, Ria. Hallo, Serba. Das war falsch rum. Nein. Hallo, Ria. Hallo, Serba. Nein. 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 Fog ist vorbei schon. Ja. Ich hab mich ja von meinem eigenen Hund erschreckt. So. Was? Verdammt. Was? Der ist einfach von mir aufgetaucht, der Hund. Oh, Mücken! Dieser Hund! Mücken? Klingt gut. Das klingt so, als würde es wieder warm werden. Eintausend... Wir hatten die ganze Zeit, Mücken. Und jetzt ist Julia nicht da. Jetzt gehen die mir auf die Nerven. Gott. Ich meine mal, irgendein Viech kommt. Dabei bist du bloß, das Schweinchen ist hier im Umgrund. Au, Mücken! Verpisst euch! Sterbt! 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 Ihr habt einen grausamen Fliegetod. Ja, vor allem die sind schon eine Minute tot und suchen immer noch. Was ist das denn da Schönes? Da muss ich jetzt nochmal gucken gehen. Das denk ich mir auch jedes Mal. Das sieht interessant aus. Und da komm ich nie wieder. Achso, das war Ton. Kürbisse. Brauchen wir Kürbisse oder? Kürbisse brauchen wir immer. Ja, ja. Immer mitnehmen. Haltbares Licht. Für Laternen, die ewig halten. Warum lasst ihr die nicht wachsen einfach? Ähm, stimmt. Wenn ihr die nehmen, dann könnt ihr da was Kürbis haben. Ich hab hier noch Kapuzinerkresse. Nehm ich die auch mit? Was macht man damit? Kann man da vielleicht einen schönen Kapuzinerkressensalat draus machen? Das war jetzt blöd, was ich gemacht habe. Ja, hast du selbst gemerkt, ne? Warte mal. Ich bin in einem Loch und Mücken greifen mich an. Und jetzt sind sie weggeflogen, weißt? Oder war da Limestone in der Höhle, wo ich mit Julia war, als wir Kopfe abgebaut haben? Womit baut man Kürbisse am besten ab? Mit der Hand. Ähm, ich glaube mit der Axt. Das steht da, oder? Mit der Hand. Das geht genauso schnell. Und dann würde ich lieber die Axt nicht verschwinden. Richtig. 10 Punkte für Julia. Äh, für ihr. Ich mach die Julia Vertretung. Julia im Geiste. Was? Ach komm schon wieder Mücken! Ja, ich bin definitiv Julia heute. Hätte ich das eher gewusst, wäre ich auch zur Gamescom gekommen, ne? Wieso? Wolltest du Julia mal sehen? Ne, dann wegen Zeit. Der Zeitfaktor war ja nicht gegeben erst. Achso, achso das. Komm mal runter, wo ist das Problem? Ja, Tickets wird halt jetzt ein bisschen schwierig. Kannst du noch kaufen, gibt gerade aktuell welche. Echt? Ja klar, weil manche nicht alle abgeholt worden sind. Geh mal zu, kauf mal für Freitag. Ich würde dich gerne sehen. Mifi! Ich mach mich nachher noch schnell schlau. Komm zur Gamescom. Mach mich nachher noch schnell schlau. Macht mich nur neid. Also für euch, ne? Wir sind jetzt, wenn dann gerade jetzt auf der Gamescom, weil das ist glaube ich die Freitagsfolge. Ich hab ja Grabstein gefunden von nie. Ne, das ist die Samtagsfolge, tut mir leid. Das ist die Samtagsfolge, wir waren schon auf der Gamescom. Sie war gut. Sie war mit Sicherheit gut. Ich war nicht gut, ich war nicht da. Ich hab einen Grabstein von Mif gefunden, hab's abgebaut, kamen zwei Steine raus. Ja, das waren seine Augen, die sind vertrocknet. Ja. Getrocknete Augen. Lecker! Muss man draufbeißen, die crunchen schön. Von innen noch saftig. Irgendwo haben wir mal als Halloween geschenkt wirklich so Augen. Ne, das war auf der Gamescom sogar. Auf der Gamescom mal so ein Auge gekriegt, das sah ziemlich echt aus. Das war, da war grad dieser so Zombie-Scheiß. Es war sehr süß und klipschig. Guckert, Kuhaugen gelten auch als Delikatesse? Ja, dann mach mal. Ich brauch's nicht. Hab ich auch mal gehört? Ich ess dir nichts weg. Eine Delikatesse bedeutet nicht, dass es delikat schmeckt. Das ist bloß... Das stimmt. Bloß schräg. Es heißt nur, dass Leute dafür tausend Euro ausgeben, um's zu essen. Genau. Ja, so ungefähr. Für Kuhaugen sind doch kein tausend Euro, oder? Nö, aber ich denke, Kuhaugen sind auch eher, äh... Kleines Stück Zinkblende. Ist ja ein Raumschlachtgestütz, oder was? Sind doch eher die Ausnahme. Zinkblende. Weiße Tulpen. Ach, mir fällt ein, ich hätte einen Tisch reservieren sollen. Ach, egal. Huh! Cranberrybüsche! 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 Ach, da ist er. Hi! Hier sind Hunde, hier sind Hunde in meiner Nähe. Soll ich mal einen Hundekampf machen? Ich glaube, der Server ist grad ein bisschen laggy. Quatsch. Leckst du auf? Mein Hund steht noch 20 Kilometer hinter mir. Der guckt gleich hinterher, so leckt das. Huh! Wasser! Ich hab zwei Büsche abgebaut, ich kann sie aber nicht aufhelfen. Ist dein Inventar nicht voll? Klingt nicht gut. Ne, mein Inventar ist, äh... Ja, das Problem hatte ich mit den Bäumen jetzt irgendwann, ne? Mein Hund ist grad wieder zu mir gekommen. Also, es geht scheinbar irgendwie noch. Irgendwie. Es, es funktioniert... Ja... Mit nem riesen Delay. Eie mei, ne? Ja, Mifi, sollte für dich ja nix Neues sein. Ich sag nur Ton, ne? Ähm. Ich hab Kürbisse gefunden. Soll ich hier... Ja. Danke, dass du auch mein riesen Problem anspielst. Also, ich hab auch was riesiges, aber ob das ein Problem ist, weiß ich nicht. Hat er nicht gemacht! Hat er gemacht! Hat er aber gemacht, bevor ich das mach. Heise! Hör mal auf hier rumzulecken, das ist ja schrecklich. Ich muss jedem noch Fuß mal abbauen. Ja, ja, ja. Ich hab halt einen Sprung verkackt, weil's gelegt hat. Guck grad noch, vielleicht find ich ein bisschen Jute und so. Das übersieht man halt immer ganz schnell. Wie sieht denn Jute aus? Wie Jute? Wie hohes Gras. Wie hohes Gras. Wie so richtig hohes Gras oder so halbhohes Gras? Ja, so etwas höheres Gras ist das schon. Okay. Es fällt schon auf, aber man guckt halt schnell auch mal drüber. Alles klar. Wenn man denkt, ach, ist ein hohes Gras oder so. Weiß ich Bescheid. Oh, das wird dunkel. Vielleicht sollte ich noch mal nächtigen. Also, ich hab einen Schlafsack, wenn wir... Sag Bescheid. Ja, ja, ich hab auch einen Schlafsack. Alles gut. Ich hab den auch fast im Reichweite. Also, er liegt da hinten irgendwo. Wir haben 1. April. Irgendwie ging der März aber schnell vorbei. Mhm. Ja, das ist nur der Winter ist lang. Alles andere ist short. Ich bin auch auf dem Weg nach Hause, um das... Ja, die Felder. Also, ich renne auch von zu Hause weg. Ich bin bei 2000. Der Winter ist halt so lang, dass man sich denkt, aaaaah, wir können jetzt jeden Tag loslaufen erst mal, bis wir fertig sind. Und dann kommt die Frühlingszeit und ab da geht's halt so schnell. Vielleicht ist das Anfang vorbei. Eigentlich unfair. Also, ich dachte, hier gibt's Schwerkraft, der in dem Modpack hier ist. Das ist... Wahrscheinlich wenn ich... Ich hab eine fliegende Insel gefunden. Wahrscheinlich wenn ich hier einen Bock abbau, dann fällt das Ding in sich zusammen wahrscheinlich. Also, dein Turm von hier aus sieht aus wie eine riesengroße, anders gefärbte Minecraft-Fackel. Ja, das ist so. Wie man bei George steht. Ah, da ist Wasser drin. Interessant. Was ist das denn? Okay, ich... Ich muss noch mal ganz kurz da hinten vorbeigucken. Da ist irgendwo... Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Oh, wir haben wieder nichts zu essen. Ich muss unbedingt nach Hause zum Ansehen. Oh, was ist das denn? Doch. Hinblick jetzt, schlafen. Gute Nacht. Da ist ein großer Mief-Steve. Oh. Was? Da ist ein großer Mief-Steve. Ein Schleimer? Der ist so riesiger. Der ist so groß wie ein Baum. Leg dich einfach hin jetzt, schlafen. Ja, ich will... Ich kann nur nachts schlafen. Ja, ich auch nur. Das ist doof, ne? Ja, jetzt kann ich. Oh, dann... Ich lege auch. Gute Nacht. Ich lag vor euch. Was? Ne, du hast doch noch die Verständnis dazu gestraubt. Du hast aufzulügen. Ja, da lag ich schon. Wir konnten... Du konntest doch gar nicht. Lügt uns frech an. Hast du das... Mängst du das? Ne. Einfach so. Unruh zu werden. Ich bin doch nicht so unfähig wie ihr. Was ist denn das da? Ist das ein Trutan? Oder was ist das? Ein Trutan. Ein Trutan. Bauxite. Alles klar. Was ist das da? Was ist das? Ein Habitag. Es ist ein Fasan. Aha. Und eine Fasanin. Alles klar. Ich lasse dich jetzt mal beim Liebespiel und ramme mir ein Schwert in den Hintern. Hm, lecker. Fasan. Ich hab einen getötet, aber das sind die anderen. Also die beiden, die da oben ihr Liebespiel machen, die lassen sich da in Ruhe. Die haben anderen getötet. Oh. Jetzt hab ich das Essen weggeschmissen. Das ist natürlich... Das ist jetzt Fasanenfleisch? Der Geflügel, das ist nur okay. Machen komische Geräusche. Ich bin noch... Ich brauche Limestone. Ich bin gleich zu Hause. 5 Minuten noch. Radha, die Folge ist zu Ende. Mir fällt zum Folgenende noch was ein. Eieiei. 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 Tschüss. Naja, fast nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Und ähm... Ich muss noch 30 Sekunden reden, damit die Folge passt. Also ne? Bist du Bescheid. Tschüssi. 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 Tschüssi.